Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. So, ich hoffe mal, man hört jetzt, es gibt zwar eine Renovierung im Haus. Es ist ab und zu mal ein bisschen laut, ich hoffe, das passt jetzt. So, es gibt erstmal einiges zu zeigen. Nämlich folgendes, wir haben die ganzen Fische gesammelt. Und der Beweis dafür ist einmal hier. Ich habe jetzt diesen Schwertfisch als Waffe. Und natürlich... Connect. Herausforderungen. Oh, da kann ich noch was abholen, ich mach's mal mit der Maus. So, und zwar, das ist jetzt das Problem. Und das hat ihr auch schon gehört von anderen. Dass das nicht zu schaffen geht. Also die Hauptgeschichte... Okay. Das ist jetzt alles DLC. Hat das bei mir funktioniert? Das ist ja fantastisch. Oh, guck mal, das ist noch nicht geschafft. DLC, DLC. Es stinkt und ist tödlich. Das muss ich gerade suchen. Stinkt und ist tödlich. Führe den Schwertfisch. Ich hab's geschafft. Das ist nämlich teilweise hier verpackt gewesen. Sehr schön. Also fehlt uns jetzt nur noch die Hauptstory. Und dann hier unten die Meisterherausforderungen. Da weiß ich nicht, ob ich das auf 100% benötige. Ich hab da mal ein bisschen weiter gemacht. Und das ist verflixt. Das ist verflixt. Ich kam heute Morgen, aber auch... Wahrscheinlich hatte ich nicht die Geduld. Hier hab ich einfach nicht das Gold geschafft. In beiden nicht. Das ist... Wirklich verrückt. Das Zweite, die Prüfung des Wolfs, die ist... extrem schwer. Du musst halt mit Pfeil und Bogen arbeiten. Das ist... Da komm ich einfach nicht klar. Prüfung des Raben geht. Da war es wahrscheinlich einfach nur nicht geduldig genug. Und bin immer zu früh reingerannt, ohne zu gucken, wie die sich genau bewegen. Hier, die Prüfung des Wolfes geht auch. Prüfung des Raben weiß ich nicht. Und dann hab ich ja noch hier unten... Wo ich noch gar nichts angefangen habe. So, aber um das nochmal... deutlich zu zeigen. Also, ich hab jetzt sämtliche Fische geangelt, die noch offen waren. Und wenn man alle abgibt, kommen wir zum Schluss nochmal eine einzige Aufgabe mit vier oder drei, vier, fünf verschiedenen Fischen. Ja, ich weiß. So, das haben wir zum Glück alles hinter uns. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. So, geht nicht, weil ich hab alles abgegeben. Wie auch die Jagdlieferungen. Sind die Fische alle abgeschlossen. Sehr cool, dass es mit dem Schwertfisch funktioniert hat. Und dann habe ich nebenbei... ...die Georgius-Rüstung geholt. Und das war... Ich glaube hier oben, genau, da haben wir es doch. Den Helm des Georgius und auch das Schwert, glaube ich. Genau, das Schwert habe ich auch. Allerdings fehlt noch was bei den Flussraubzügen. Nämlich hier bei Säfern fehlt mir noch was. Bei dem Fluss Säfern habe ich halt noch... ...was offen. Auch noch ein paar Hinweise. Da wollte ich jetzt zunächst dran. So, natürlich habe ich zwischenzeitlich... Hi! Habe ich in der Zwischenzeit... Hallo? Achso, alles voll. Auch meinen ganzen... Hallo? So rum. Alles Übrige an Jagdzeug und Fische. Ich habe jetzt ein bisschen wieder dazubekommen durch die Raubzüge. Aber alles sämtlich Handelsgüter. Habe ich alle komplett verkauft. Damit ich auch wieder ein bisschen Geld habe. Wo steht es? Hier gerade nicht zu sehen. Ne, leider nicht. Und mir fehlt Titan. Ich will ja alle Waffen auch noch aufrüsten. Doch da oben sind die Silbermünzen. Ja, dann habe ich alle Sammelobjekte wie... ...Frisuren, Tattoos, Entwürfe für alles mögliche. Für die Schiffe, für das Aussehen. Alles Kosmetische eingelöst. Damit es aus dem Inventar verschwindet. Weil erst, wenn man das in dem Shop noch anschaut. Je nachdem, ne, wo ich dann hin muss. Erst dann ist das auch aus dem Inventar raus. Des Weiteren habe ich alles... Zeig mir, was vor uns liegt. ...hier hinten bei dem Museum abgegeben. Da gab es halt auch nochmal irgendwie eine Waffe oder so. Ist soweit alles geschafft. Alles, was nebenher noch irgendwie möglich ist. Es fehlen nur noch die meisten Herausforderungen und die Flussraubzüge. Die Raubzüge, das ist eigentlich nur so ein Zeitding. So, dass die Siedlung komplett ausgebaut ist, wisst ihr ja. Das hatte ich schon gezeigt. Man sieht das ziemlich gut in den Statistiken. Jetzt muss das gleich genau da oben. Siedlungsstufe 6 ist das Höchste. Hier sieht man auch so einiges mehr in den Statistiken. Ist ganz interessant. Aber... Auch nicht so relevant, ne. Für Statistiker ist es jedenfalls interessant. So, was ich auch noch aufrüsten muss, ist natürlich die Wikingerhalle. Für die Joms Wikinger. Ich habe 640, das ist ja schon wieder was. Und mein Wikinger-Schiff. Den Frachtraum. Den muss ich auch noch ausbauen. Lust auf einen Raubzug? Also, ich müsste noch 2 Raubzüge wahrscheinlich machen. Weil das kostet jetzt schon 950. Und dann habe ich ja noch eine Stufe. Das wäre jetzt so das Letzte. Und ich schaue mal gerade rein. Wir haben hier alles erreicht. Da unten alles erreicht. Und hier bei Säfern werden wir jetzt als nächstes. Ausrüstung und Waffen. Bücher des Wissens. Wir können ja mal reinschauen. Weil mit der Story würde ich im nächsten Part an, äh, weitermachen. Ich würde jetzt hier wirklich gucken. Boah, ich weiß nicht. Was nehme ich denn jetzt hier? Wir nehmen einfach überall 1, damit die verschwinden. Damit ich mehr 3er habe. Das war der so. Der hat jetzt auch schon Stufe 3. Ist ja cool. Ich weiß nicht mehr, wie man den Bootsmann ändert. Ich muss mal gerade was probieren. Jetzt ist das leer. Wenn wir jetzt hier den Erling nehmen. Wenn ich den finde, ne? Auf jeden Fall hat der kein Helm. Äh. Ich glaube, die haben alle einen Helm. Sortieren kann ich hier leider nicht. Freygerd. Ich hätte da gerne einen viel stärkeren. Ich weiß einfach nicht, wie man die tauscht. Das ging aber. Ich habe die irgendwann mal ändern können. Vielleicht probieren wir es nochmal im Kriegerlager. Und ich überlege immer noch, ob ich mir nicht vielleicht die Erweiterungspakete hole. Ich vermute nur, ich meine Jetzt nehme ich hier irgendwie die Sätze vorne weg. Es ist ja geil, dass man für den Preis einiges bekommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass man dann wieder ein halbes Jahr dran sitzt. Dann wäre ich eher so für kleinere Pakete, die günstiger sind und nicht wieder so ewig lange gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also gut. Hol mir meinen Hauptmann. So. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich hier mit der Maus agiere. Dann habe ich ihn zugewiesen. Also gut. Aber ich will ihn ändern. Hol mir meinen Hauptmann. Und dann hier auch schon was geileres. Ich gebe dann auf jeden Fall mal hier. Das ist das Beste. Das ist ganz neu. Das Gorgonen-Schild. Ich meine, es ist so fair, dass ich ja mit hoch level, ne, ist das ja okay. So, und die Mannschaft verwalten. Das sind ja nur die Standardkrieger. Und hier ist es auch egal, was für ein Level die haben. Du bist versorgt? Wir sehen uns später. So gut, dann gehen wir jetzt einfach mal nach See fahren. Ich wollte es noch mal probiert haben. Irgendwie konnte man den ändern, aber ich check's einfach nicht wie... Das finde ich manchmal ist ganz schön versteckt. So Sachen, die man auch so selten benutzt, ne, die gut versteckt sind. Könnte man irgendwie ein bisschen einfacher darstellen. Ähm, ja, Schiff brauche ich nicht. Einkaufen will ich auch nicht. Ab nach See fahren. Oh, da ist noch ein Zweier drin. Da ist ja auch noch ein Dreier drin, sehe ich gerade. Weil ich lass die jetzt teilweise auch einfach sterben. Damit ich, ähm, mir mehr Dreier-Wikinger reinpacken kann. Das ist jetzt eh nicht mehr so relevant, weil... Den schwersten Fluss, würde ich sagen, den hab ich. Also, ich vermute, das ist der schwierigste. Und... Man kommt da im Prinzip eigentlich auch alleine durch. Du brauchst halt immer nur einen Kollegen, um die Kisten aufzumachen. Hier hab ich auch schon ein neues... Segel. Das ist das Segel der Joms-Wikinger, glaube ich. So, der erste Blick gilt immer der Karte. Um zu wissen... Alles klar. Das geht nämlich nach der Zeit, wird das alles wieder frei. Wenn man jetzt reingeht und man macht einen Tag später wieder Raubzüge, dann ist das hier schon abgehakt. Das ist nur die Frage. Ich würde gerne wirklich einmal noch alle... Mache ich jetzt nicht mit euch, keine Angst. Einmal alles nochmal abgehen. Dann fang ich erstmal hier unten an. Ja. Dass wir wirklich jeden Ort einmal haben. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie das bei Deva aussieht. Den hab ich heute komplett fertig gemacht. Im Fluss. Ja, ist halt alles abgehakt. Seht ihr auch gleich, wenn ich hier das erste Ziel schon hab. Nur ein kleines Dorf. Aber jedenfalls, wir kommen jetzt dem Ende des Spiels wirklich nah. Ich hab echt viel Nebenkram gemacht. Einfach, weil ich weiß, ich bin dann jemand, wenn die Hauptstory dann durch ist, kann es manchmal sein, dass ich dann gar nicht mehr so auf ins Spiel reingehe und es dann halt nie auf 100% fertig bekomme. Keine Gegner? Ja, ist mir auch egal. Also das Plündern hier ist ganz gut. Ich nehme auch wirklich den kleinen Hut jetzt sehr, sehr gerne mit, weil ich doch noch ein bisschen Geld brauche. Ja, brich auf. Ja, Mahlzeit. So, da habt ihr dann da so ein kleines Häkchen dran, ne? Kleine Häkchen. Ja, hallo. Segel, fang weg! Einfach durchziehen hier. Wir müssen hier eh mehrmals rein. Da sieht man es nochmal gut. Weiß jetzt nicht, wie ich mich hier durchschlängel, aber ich muss halt ein bisschen so schauen. Vielleicht erstmal diesen Fluss arm. Dann habe ich aber das hier offen. Erst hier so rum, dann hier. Dann haben wir das. Dann müssen wir von hier aber wieder zurück, hier hoch. Dann machen wir hier rum. Das nehmen wir so mit und zurück. Und dann sind wir vielleicht schon voll. Mache ich erstmal außen hier rum, komplett. Und dann, man fängt ja immer unten in derselben Ecke an oder oben, je nachdem welcher Fluss gerade. Mir geht es jetzt nur darum, nochmal hier alles abzusuchen nach den letzten Hinweisen, damit ich das wirklich komplett habe. Ja, ich will euch da jetzt auch nicht unbedingt weiter mitnehmen, ich wollte nur zeigen, was ich alles in der Zwischenzeit geschafft habe. Das ist jetzt wirklich nur zwei Nebensachen da sind. Warte mal, was ist denn eigentlich da hinten? Achso, nee, nix. Also die meiste Herausforderungen und die Flussraubzüge, das ist noch offen. Sonst habe ich nur noch Hauptstory. Boah. So, und ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann auch weiter mit der Hauptstory. Na, boah. Eiskalt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann auch in der Hauptstory wieder. Und, ähm, haut darin bis dahin. Tschüss.